5, 4, 3, 2, 1 Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist Onkel Nopsy. Und heute zeige ich euch in Conan Exiles, wie man sein neues Taustier finden und züchten kann. Und zwar handelt es sich um die Kobra. Bevor wir näher eingehen, auf die Fundorte oder so, hier ist einer verraten. Wir befinden uns hier bei Sepamero. Und hier unten auf A7 finden wir zum Beispiel ein Schlangenest. Du kannst aus jedem Schlangenest ein Ei entfernen. Da ist es. Und wie so immer, Eier müssen ausgebrütet werden. Und deswegen kurzer Schnitt und wir sehen uns zu Hause. So, zu Hause angekommen. Versuchen wir es mal am Komposter. Wir packen unser Ei rein. Und ein Ei, aus dem in Kürze ein Jungtier schlüpfen wird. Okidoki. Wir gehen mal kurz nach vorne zum Kühlschrank, gucken, was wir da drin haben. Was wir unserer kleinen Schlange geben können. Die frisst eine ganze Masse Zeug. Die ist da nicht allzu wählerisch. Wir packen hier einfach da so ein bisschen Exquisite drin, würde ich sagen. Wir gucken mal, wie lange wir unser Eichen noch brauchen. 37 Sekunden. Na ja. Die halten wir noch aus. Hier sind eigentlich alle klar für unser Pad. Hier ist das Pferd. Ne, hier ist das Pferd, okay. Und hier ist der normale Stall. Gut, da ist nichts drin. Sehr schön. Ach, hier haben wir ja noch die große, ja. Ah ja. Gut. Goldenasen. Vier Steine. Na ja, das ist schon ökisch, wa? Aber ich weiß nicht, was da einstellen soll. Entweder hier zerrens schnell oder dauert ewig lang mit den Steinen. Aber ist ja auch. Was soll's. So. Bitte, bitte. Da ist er. Super. Hier ist unser Cobra-Junges. Und das packen wir hier mal rein. Und dann halt gesagt, exquisite Fleisch würde ich Ihnen geben wollen. Und da fängt's an. Ja, Freunde. So einfach. Ja, kein Problem. Einziges Problem, was wir haben, ist, die Teile zu finden halt. Ja. Ich mein, die Cobra, ja. Aber ich werde euch da noch ein paar Anhaltspunkte geben. Und dann sollte kein Problem sein. Okay. Wir schalten wieder rin, wenn eine kleine Vieh fertig ist. So. Ich habe gerade gesehen, unsere Cobra ist fertig. Aha. Ist leider nur eine normale geworden. Also was heißt nur eine normale? Ja, ist halt eine normale. So. Und da ist Bruder Ron, der steht auf so weit. Wollen wir es Ihnen doch gleich mal als Haustier übergeben. Und warum setzt sie sich hier nicht hin? Okay. Nee, das magst du nicht. Ist hier zu eng. Hier ist besser. Aber warte mal. Ich stelle sie nach vorne. Ja. So. Und somit haben wir einen neuen Mitstreiter Cobra 42 live. Wenn wir sie als, ich sag mal, mächtig oder sowas haben, dann ist sie schon ein bisschen stärker. So. Äh. Wir haben einen Punkt gefunden. Also einen Punkt hatte ich euch gezeigt. Wo wir die finden, solltet ihr noch weitere Punkte sehen wollen. Einfach mal in die Kommentare. Dann mache ich nochmal einen kleinen Nachsatz. Mit den anderen Fundorten. Alles klar. In diesem Sinne. Schönen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Sagt Tschö mit Ö. Euer Onkel Nupsi. Grüß오. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott.